Ja, was ist denn? Hör mal, hast du nicht was Wichtiges vergessen? Ja, was denn, mein Schweinchen? Äh, äh, du bist ein Arschloch. Wieso? Wieso? Hör mal, hast du nicht was Wichtiges vergessen? Äh, ja, herzlichen Glückwunsch zum Ballendienst-Tag, meine, glaub ich. Aber, äh, so geht das nicht. Warte mal eben. Äh, wir müssen, du kommst ja gar nicht so richtig auf Kuss hier. Ich komm, ich werd dich nicht. Ja, warte mal, ich lass mir mal eben was einfallen. Äh, was machst du denn da, du Stück Scheiße? So, und jetzt, jetzt kann ich dem Glück seine Hilfe mal gebrauchen. Wieso? Ja, heb die mal hoch. Äh, was hast denn du da gemacht? Äh, ja, heb die da mal hoch. Äh, das ist mein Arschloch. So, nee, das ist, damit ich die genau auf den Mund krieg. Und jetzt küsst du. Mhh, Schweinchen. Ja, Schäz, du faules Tier. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Ballendienst-Tag. Oh, du siehst so süß. Aber wie komm ich denn jetzt wieder runter? Äh, ist doch dein Problem. So. Du Arschloch, du. Super.